Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde, wir sind wieder da. Wir spielen wieder Portal. Hallo. Okay. Achso, das ist damit das dauerhaft da bleibt. Das ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Ich mach's an, ja. Wir werden es wahrscheinlich bei dieser Map brauchen. Äh, what? Press select the number of laps. Three laps. Okay. What? Komm. Äh, das ist ein Rennen. Ich muss hier rechts rüber, okay? F. Okay. Und du musst links, ich muss rechts. Okay. Wir hier, zurück, zurück. Du musst die Schalter betätigen. Müssen wir beide gleichzeitig machen, glaube ich. Achso. Drei, zwei, eins, go. Hä? Achso, es geht gleich erst los. Oh nein. Ich bin vor ne Kante gelaufen. Äh. Äh. What the fuck, man. Scheiße, ich hab's nicht geschafft. Geil, das einfach ist. Ich hab's nicht geschafft. Äh. Hm? What the fuck, muss ich jetzt machen? What the fuck, muss ich jetzt machen? Ohohohoho. Ähm. Fuck. Ach, du bist bei mir? Ja. Ich wollte dir das, ich wollte dir die Tour versauen. Alter, du Wichser, du hast mich ausgebremst. Ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Test strecken lassen. Ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an. Boah. Alter, ist das geil. Ich mach's richtig Laune, ohne Witz. Ja, Mann. Nein. Äh. Hey. Haha. Was soll das denn? Du hast mein Portal weggemacht, du Arschloch. Echt? Sorry. Ja. Ups. Ups, ups. Au, 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 au. Das sind Laser, da will ich nicht reinfliegen. Ich bin auch fast reingelaufen. Haha, das macht Spaß. Oh, shit. Bis man verstanden hat, was man machen muss, ne? Oh, Mann. Äh, was denn? Was passiert? Ich bin wohl vorgelaufen. Du Wichser! Haha. Hehehe. Was denn? Danke für dein Portal. Mhm. Wenn du gemein wärst, könntest du eigentlich auch auf eine andere Wand schießen oder so. Und ich würde da nicht mehr durchkommen. Nein, ich wurde ausgebremst. Nein. Ich schaff's nicht mehr. Alter, was war das denn? Und erinnert mich daran, wie es einst war. Doch da seid ihr. Wieder da. Ganz als wäre nichts geschehen. Ich habe einfach nur das Ping-Tool genutzt. Achso. Ich bin hängen geblieben. Scheiße. Oh Mann, oh. Das ist doch gemein. Ich war voll in Führung. Oh, der Laser ist aus. Ja, bei mir war er nicht aus. Ah, ich dachte zwei Runden. Drei, habe ich doch gesagt. Oh nein. Ich bin stehen geblieben. Nein. Was ist denn? Deine Portale sind gerade kaputt gegangen, als ich da reinspringen wollte. Aber weißt du was? Wenn du hinten bist, dann lässt sich das Ding anders springen, als du, wenn du vorne bist. Echt? Ja. Nein, ich Idiot. Was? Was? Wir enttäuschen sie nach besten Kräften. Ja. Ja, du hast gefunden, ey. Verdammt. Bei dir sind die Laser wieder aus. Juhu. Aua. Au. Wir müssen das noch mal spielen. Warum? Hä? Warum? Was jetzt? Nein, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Und jetzt? Kann ich nicht. Do not enter steht da. Achso, hier ist das Ende. Guck mal. Hier. Hier. Glückwunsch. Du bist schneller als alle anderen. Yay. Schneller als alle anderen. Oh nein. Och, jetzt nochmal. Ja, ich habe was rausgefunden. Ich habe was rausgefunden, das ist witzig. Ich will dir das nochmal zeigen. Wir müssen mal gleich schnell sein. Also aufeinander warten. Wir machen mal eine Runde, würde ich sagen. Ja. Warten wir aufeinander, oder was? Ja. Also, willkommen bei Averture. Ihr seid hier bei... Eine Runde, ja. Ja. Ich kann davon nicht ernst dabei bleiben. Der Festbereich ist gleich nach vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Alter, was die für Sprüche bringt, ey. Drei, drei, zwei. Drei, ein. Los. Los. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? So tödlich. Wenn du auf diese Flächen pingst, dann gehen die. So, weißt du? Ach so. Das ist witzig. Das wollte ich dir zeigen. Ach so. Ich bin genauso dagegen geklatscht. Ach so. Das war jetzt die andere Seite. Schade. Nein. Hä? Sie hat uns ausgelacht. Hast du gewonnen schon? Nein, noch nicht. Guck mal, da konntest du auch noch drücken, die Dinger. Geh mal zurück. Nein. Ich hab erstmal gewonnen. Äh, gerade noch nicht. Doch, Blue Wins stand bei mir. Guck. Das meinte ich. Ah. Das ist auch gemein. Wuhu. Geschafft. Ich bin enttäuschend, hat sie gesagt. Echt? Ja. Du bist sehr enttäuschend. War nur ein Scherz. Du bist schneller als alle anderen. Warum sagt sie denn zu mir auch, dass ich schneller bin? Ich bin schneller als alle anderen. Komisch. Ui. Sehr schön. Sehr schön. Ich bedanke mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue erhaltet. Sagt Tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Mhm. So. War ganz cool. Ja, das war ganz cool. Oh, jetzt wäre es schön, wenn ich wissen würde, bei wie vielen Minuten wir jetzt sind. Das kann ich dir nicht sagen, aber wir haben eine Testkammer geschafft. Gut, dann ... Und wir haben gerade Besuch bekommen. Jo, ich hab's gesehen. Wir haben die Testkammer geschafft. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, meine Freunde. Tschüss. Ciao.